Ah, okay. Wir gehen gleich mal zu dir. Ich will... Hier kann ich mich aber jetzt hinsetzen, ja? Jetzt setze ich... Jetzt setze ich mich genau auf dich. Das ist nicht dein Ernst. Wow! Oh man, ey. Fallout 76, gellem. Immer noch ein bisschen buggy, aber ist okay. Muss man... Muss man mit klarkommen. Ich rede mit dir einfach so, ja? Auch wenn die Bomben fallen, wenn das Ende gekommen ist, werden wir überdauern. Lasst uns also beten, dass Frieden in die Welt zurückkehren wird. Doch wenn es nicht so ist, wenn der Krieg unvermeidlich ist, dann soll ein jeder wissen, dass hier in Vault 76 unsere Zukunft beginnt. Oh! Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Zugucker. Herzlich willkommen wieder zurück zu Fallout 76, Part Nummer 75, meine ich. Mir wird rechts ganz schön viel angezeigt jetzt. Ähm... Okay. Lasst mal das Stähländer Bruderschaftsradio. Komm, ich will die mal hören. Achtung, Bewohner von Appalachia. Ich bin Paladin Ramani von der Stählernen Bruderschaft und Sender aus Fort Atlas. Ihr seid im Ödland nicht mehr allein. Die Bruderschaft ist zurückgekehrt. Es ist unsere Mission, euch zu einem besseren Leben frei von den bedrohlichen Folgen des großen Kriegs zu verhelfen. Wenn ihr Hilfe braucht oder euch uns anschließen möchtet, findet ihr uns in Fort Atlas. Für Appalachia bricht eine neue Zeit an. Baut mit uns eine neue Zukunft. Ramani Ende. Ja, sehr gut. Dann haben wir das doch gehört und dann sollen wir zu Fort Atlas. Wo ist denn Fort Atlas? Ist das hier in der Nähe? Oh, jetzt ist das Ding wieder, jetzt ist die Map wieder verbuggt oder was? Okay, aber wir gehen mal Richtung Minenschacht. Ihr seid im Ödland nicht mehr allein. Okay, der labert hier noch weiter. Weil ich will diese eine Quest von dem Piet heißt der, gell? Ja, von dem Piet will ich die machen. Das könnte doch eigentlich ganz gut werden, glaube ich. Also ich habe richtig Bock drauf. Deswegen, lassen wir uns einfach mal überraschen, was wir hier noch so finden. Wäre cool, wenn wir da irgendwas Loot-mäßiges, Nettes finden. Und ich müsste wieder bei einem Event mitmachen. Das wäre auch nice. So, wo ist das Ding? Ja, okay. Radio, Radio-Gemmaus. Klassisches Radio. Was haben wir denn hier eigentlich? Oh, wir sollten das... Können wir das anlassen? Oder Radio Appalachia? Geht das? Bus hat tragen zu lassen. Hä? Ah, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht sollten wir das ausmachen, bevor wir hier... Bevor ich hier noch, ähm... Ja. Ah, hier. Bevor ich hier wirklich noch Probleme kriege. Und das Problem ist, mir wird jetzt hier bugmäßig angezeigt. Oben links. Stehlen und Beruderschaft. Willkommenssignal. Oh, ich suche nach Hinweisen zu der Kreatur. Digga. Okay. Wer... Ah, ein Gruber. Gelle? Oh, hier müssen wir aufpassen. Nicht, dass wir gleich wieder auf die Fresse kriegen. Oh Gott, hier kommen viele. Ich glaube, wir kriegen hier auch wieder diese komische Krankheit, ne? Oh, oh, oh. Okay. Warte, warte, warte. Komm mal her. Oh, Deckard ist gut. Das ist eine gute Waffe. Guck dir das an. Ja, Mann. Komm her, du Sack. Alter, diese beste Waffe ist ja der Wahnsinn. Oh, ist das schön. Ui. Direkter... Direkter Treffer. Und hier noch einer. Und wir werden von links angeschossen. Kriegen wir aber hin. Und jetzt haben wir wieder ein Level Up. Geil. Wo ist der andere? Da unten. Komm her. Na. Na, einmal noch. Schönes Ding. Haben wir sie jetzt alle platt? Können wir den... Oh. Oh ja, hier die ganze Munition nehmen wir mit. Na, den machen wir erst nochmal. Wo ist er? Scheiße, wie viel kommen denn hier? Wird hier ein bisschen gefährlich gerade. Ist da noch einer? Ja. Ähm. Komm. Oh ja, Digga. Das war geil. So, das nehme ich hier alles mit. Gib mir den ganzen Scheiß. Hier das Atemgerät. Hallo. Oh, Aluminium. Das ist natürlich super, gell? Guck dir das an, wie viel Scheiß wir hier kriegen. Das ist ja der Wahnsinn. Wenn wir jetzt hier alles nehmen, sind wir wahrscheinlich wieder überladen, korrekt? Das nehmen wir mit. Die Doppelschrotflinte auch. Pumpgun nehmen wir mit. Kampfschrotflinte? Ne, das nicht. Aber hier den Schrott. Das nehmen wir mit. Das ist hier Aluminium. Aluminium ist super. Ist auch wunderbar. Also. Was ist unser Finde? Die Vorräte für die Kirmes. Jetzt ist die Frage, wo sollen die Vorräte sein? Okay. Find mehr. Aber müssen wir hier irgendwo rein dafür? Hoffentlich nicht, oder? Wird hier uns aber, glaube ich, auch nicht angezeigt. Was haben wir hier? Das. Ah, Meierlöck-Kuchen. Hier können wir futtern. Nice. Oh, was war das? Kiste mit Luftfilterteilen. Ah! Siehste mal. Okay, das war jetzt Glück, dass wir das gefunden haben. Sehr geil. Patrone nehmen wir mit. Kristalle. Oh, Mann. Du siehst hier die Kristalle genau und erkennst, dass es sich dabei um Ultrazit handelt. Die Kristalle scheinen kleinere Fragmente aus den Adern im Minenschacht zu sein. Wer auch immer hier war, muss sie abgebaut haben. Selbst in diesen geringen Mengen birgt Ultrazit enormes Potenzial. Ja, geil. Dann hat sich das definitiv schon wieder gelohnt. Ja, komm, gib mal. Scheiße, das wollte ich eigentlich essen. Also, suche nach Hinweisen zu der Kreatur. Okay, aber wo? Wo könnte die Kreatur sein? Hier ist ein Gruber. Schrottpatrone. Komm, eine nehme mit. Aber. Was ist das hier? Wieder eine Kampfschule. Oh. Ah, jetzt sind wir fast wieder voll, aber das macht nichts. Wir müssen ja sowieso bald mal unseren Schrott wegbringen. Was haben wir hier? Tagebuch Ultrazit abbauen. Das haben wir aber schon gelesen. Das haben wir schon gelesen. Oh, hier ist. Oh, warte mal, ist hier nicht sogar dieses, doch, das Ding. Ja, wir müssen ja weg. Wir müssen ja weg, definitiv. Okay. Oh, ja, 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 ja. Okay, wir haben hier sehr viel Red gerade abgekriegt. Das ist sehr schlecht. Ähm. So, geht das alles weg? Na, wenig. Langsam, aber es... Oh, Scheibenkleister. Ja, dann sollten wir uns definitiv hier mal ein wenig, ähm, heilen. Okay, was brauchen wir denn hier? Hier ist halt auch einfach Suchehinweise nach... Ne, Suche nach Hinweisen zu der Kreatur. Ja, Digga, aber warte mal, wir sind hier. Das muss aber wenn dann schon hier irgendwo sein. Vielleicht da, wo das so leuchtet? Ah, ich glaube, das müsste wenn dann hier sein, oder? Safe. Oh, was ist das? Oh, das ist nicht gut. Okay, hier ist... Noch eine Leih... Ah, ich glaube, wir sind hier... Auf der richtigen Stelle. Aber wo soll denn hier noch... Da ist noch was. Ha. Na, komm. Wie ist es aber sonst? Hier ist ein Kristall. Ich will jetzt hier nicht noch näher an den Reaktor, ansonsten sind wir gleich richtig am Arsch. Ähm. Aber wir sind... Warte mal, wann wir... Warte mal, sind wir hier jetzt noch im Zielbereich? Wir sind noch im Zielbereich. Geh mal hier. Ne, das kann hier nicht sein. Aber... Hä? Soll ich hier noch irgendwas anfassen? Ich kann hier ja nichts weiter anfassen. Kann man hier irgendwas benutzen? Nö, das geht auch nicht. Den habe ich jetzt schon untersucht. Okay, wo soll denn hier noch was sein? Wir gehen hier einfach... Wir gucken einfach mal, gell. Das ist jetzt... Wir haben ja Zeit. Lasst uns mal... Ich will das jetzt wissen. Wo ist diese fucking Kreatur? Hier weiter unten müssen wir... Können wir hier hin? Ach, guck mal. Hier geht es auch noch weiter. So, hier... Hä? Wer ist denn das? Ah! Wer bist denn du? Warte mal. Hey. Plünderer. Ich war zuerst hier. Such dir einen anderen Platz. Angenommen, ich würde das jetzt tun. Ähm... Hatte das jetzt Sinn? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich habe den jetzt wahrscheinlich grundlos einfach platt gemacht. Okay. Also hier in dem Zielbereich. Lasst mal kurz die Karte öffnen. Wird das hier auch angezeigt? Ja, ne. Leider nicht. Ich weiß nicht, ob die Karte vielleicht wieder verbuggt. Kann auch sein, dass sie durch das letzte Update verbuggt wurde, die Karte. Will ich jetzt gar nicht ausschließen. Das kann nämlich wirklich sein. Moment. Grubenverarbeiter hier ist... Ne. Also da ist, wie gesagt, der Reaktor nach da oben. Hier unten waren wir schon. Was könnte denn hier noch sein? Ich finde sie nämlich jetzt gerade nicht. Also hier haben wir... Wie gesagt, die Kristalle haben wir untersucht. Hier ist noch eine Kampflinte und wir tragen jetzt wahrscheinlich... Ne, zu viel tragen wir immer noch nicht. Das ist gut. So. Ah, warte mal. Ah! Ah! Hier, endlich. Gib mir das und das. Oh, Mist. Oh, Mann. Sie haben nicht gelogen. Das war nicht erfunden. Hier unten ist wirklich ein... Ding. Ich... Ich dachte, meine Maske wäre kaputt und... Es wäre Gas reingekommen. Dann... Hab ich's gerochen. Ich war... Ich war kurz davor zu kotzen. Ich... Hab es bestimmt aufgeweckt. Ich hab Erz gefunden. Aber das war nicht hart. Sondern... Fleischig. Dann kam dieses Geräusch. Oh Gott. Dieses Geräusch. Dachte erst, das wäre ein Erdbeben gewesen. Scheiße. Scheiße. Die Wand hat sich bewegt und hatte ein Maul. Hab mir fast in die Hose gemacht. Mir doch egal, ob da unten Ultrazit ist. Ich muss die Leute warnen. Oder? Ich muss in Bewegung bleiben. Auf keinen Fall gehe ich in die Nähe dieses Viechs. Dafür braucht man ja einen Atomsprengsatz. Ich muss hier weg. Ich muss... Oh. Oh shit. Digger. Oh Gott, nein! Armer Jackwood. Fuck. Okay. Wir müssen auf jeden Fall zurück. Wir müssen auf jeden Fall zurück zu... Bauen wir denn unsere Daten hier. Wir müssen da auf jeden Fall zurück, weil... Da ist nämlich auch ein Arzt. Der kann uns rennen. So. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir denn hin? Da ist es nicht. Ähm. Wo war das denn? Hier. Oder? Nuka World on Tour. Das ist halt saudumm. Mir wird das gar nicht auf der Karte angezeigt. Warum wird mir das denn nicht mehr auf der Karte angezeigt? Ist die... Ist die Dings vielleicht wirklich verbuggt? Oder habe ich hier einfach gerade ein Problem? Okay. Pete ist hier. Da ist er. Pete. Pete die Piezen. Und da müssen wir auf jeden Fall den Arzt mal aufsuchen. Bevor wir hier noch was drauf gehen. Wir müssen unser Redback kriegen. Und vor allem müssen wir... Ähm. Uns mal heilen lassen. Nein. Ich will jetzt... Oh. Hallöchen. Hast du Spaß? Ach. Du siehst ja lustig aus. Warte mal. Kümmer uns. Komm. Wir stehen mal zusammen. Da. 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 Bleibt mal hier. Du siehst ja lustig aus. Schönes Ding. Komm mal her. Naha. Ich wollte eigentlich... Ah. Okay. Wir gehen gleich mal zu dir. Ich will... Hier kann ich mich aber jetzt hinsetzen. Ja? Ich mag dein Gesicht. Jetzt setze ich... Jetzt setze ich mich genau auf dich. Das ist nicht dein Ernst. Wow. Oh Mann. Ey. Fallout 76. Gille. Mhm. Immer noch ein bisschen buggy. Aber ist okay. Muss man... Muss man mit klarkommen. Ich rede mit dir einfach so, ja? Hallo. Warst du schon in der Mine? Hast du was gefunden? Ähm. Ja. Du hast ein Band gefunden? Und die Teile? Das ist ja unglaublich. Danke. Ich stehe tief in deiner Schuld. Ach Quatsch. Kein Ding. Pat macht mich zwar einen Kopf kürzer, aber egal. Nimm. Ich sag dir, was los ist. Perfekt. Und damit haben wir die Quest abgeschlossen, oder was? Was da drunter liegt? Geht das jetzt noch weiter? Und wie viele Erfahrungspunkte kriegen wir dafür? Und was kriegen wir alles dafür? Okay. Erfahrungspunkte haben wir. Und das war's, oder was? Oh, Junge. Endlich treffen wir uns zum ersten Mal, zum letzten Mal. Zum ersten Mal, zum letzten Mal. Was machen die? Betty scheint nett zu sein. Geht euch schon lange. Nein. Überhaupt nicht. Sie ist noch nicht lange dabei. Scheint aber nett zu sein. Sie lädt mich ständig in den Tunnel der Liebe ein. Warum kann sie nicht alleine gehen? Ich hab zu tun. Ich muss Sachen reparieren. Okay. Dann, ähm... Ich glaub, sie könnte dich verknallt sein. Ja, das ist doch gut. Glaub ich nicht. Doch. Sieht süß, aber... Selbst wenn das stimmt... Ich weiß nicht, ob das mein Ding ist. Wenn du verstehst, was ich meine. Doch, warum denn nicht, Digga? Komm. Äh... Naja, ich wollte dich... Naja, die Liebe ist irgendwie auch nichts für mich. Du stehst einfach nicht vor mir... Weil sie ja ein Gulis. Ich frag ihn mal das, oder? Was? Nein! So war das überhaupt nicht gemeint. Ich versuch halt noch, einige Sachen für mich klar zu kriegen. Okay. Ähm... Nuka Kate. Hey, was ist mit der Nuka Kate? Stimmt, wo ist die? Toll, oder? Achso, ja. Und ja, ich... Ja, das machst du wunderbar. So. Okay, schade. Er hat jetzt eigentlich gehofft, dass wir hier noch mehr, äh... Stuff haben. Also viel, viel mehr Stuff. Hier ist noch eine Truhe. Ähm... Wir könnten mal zu unserem Camp auf jeden Fall zurück. Aber ich dachte... Ich dachte wirklich, das würde länger dauern. Aber jetzt müssen wir erstmal den Arzt finden, wenn ich den Arzt finde. Oh, warte mal. Ah ne, hier können wir... Wir haben ja unser Camp. Außerdem kann ich auf unseren Scheiß nicht zugreifen. Oder kann ich das doch? Lass mal gucken. Wir stellen mal was her. Ich schau mal, ob das geht. Vielleicht greift das ja auf unseren Spaß zu. Ich glaube aber... Ah, wobei... Red Away verdünnt. Red Away... Aber warum... Entfernt von der Durst? Aber warum... Ja gut, komm, machen wir mal. So, wunderbar. Dann haben wir hier noch Granaten. Uh. Was macht denn die Versetzziele in Rasereien? Nee, das brauchen wir nicht. Schießpulver brauchen wir auch nicht. Ja, komm, weg damit. Aber dann können wir doch bestimmt... Guck mal. Können wir uns doch jetzt hier... Red Away... Wow. Da muss ich jetzt das verdünnte Red Away so benutzen, oder was? Oh man. Warum ist denn... Red Away. Oh, wir haben auf jeden Fall sehr viel. So, geht das jetzt hier komplett weg, oder? Na, es wird. Na, es wird. Oh, Prisse. Oh, gut. Ah. Okay. Jetzt haben wir Stuff bekommen. Habe ich noch... Halt alle Krankheiten. Heilmittel. Ich glaube, eine Krankheit habe ich auch. Äh. Stimpax. Super. Ja, komm. Das sieht doch ganz gut aus. Ja. Ach. Jetzt habe ich... Jetzt habe ich das natürlich jetzt... Manchmal bin ich aber auch... Also manchmal bin ich wirklich verpeilt, weißt du? Jetzt habe ich das extra... Jetzt habe ich extra... Bin ich hier gewesen, um den Arzt zu suchen. Ähm. Damit er uns heilt. Was mache ich? Ich heile uns selbst. Oh man. Das war schon irgendwie dämlich. Okay. Lass uns doch mal... Ah, warte. Ein Stufenaufstieg. Wollen wir uns jetzt erst noch mal was Cooles. Was machen wir denn mal? Luck. Was geht hier so? Kurator? Vorteil? Nee. Du stirbst lustig. Nee, das ist ja blöd. Oh. Das ist natürlich... Machen wir. Der mysteriöse Fremde. Definitiv. Super. Okay, warte mal. Wir haben hier Luck, 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 Luck. Da ist ein Pack unbenutzt. Komm, let's go. Super. Das ist ja nice. Ich brauche mehr Skillpackung. Definitiv. Ich muss mir auch noch mal gucken, ob ich das irgendwie... Ähm. Umskille. Junge, was... Huch. Jo. Okay. Wa... Ähm. Äh. 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 Okay, was... Will ich das wissen? Nee, ich will es nicht wissen, glaube ich. Okay. Also, meine lieben Zugucker, ich würde jetzt aber noch mal ins Lager gehen. Und, ähm... Jo. In dem Sinne würde ich dann auch einen Schnitt machen. Wir sehen uns dann, wie gesagt, im nächsten Part. Und, ähm... Ich gehe mal hier zum Lager. Zum Camp. Pack meinen ganzen Scheiß weg. Und dann, ja. Bis zum nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen und H3. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.